Ja passt doch oder? Jetzt kommt er schon ran. Seht ihr was ich meine? Die kommen jetzt hier schon ran gedügelt. Und wir sind ja so insgeil versteckt. Die finden uns niemand. Außer... Achso, wohin gehen denn jetzt wieder? Ah, die kommen durch. Okay. Da müsste natürlich nur ein einzigen hier... Ach ne, da ist da... Okay, wir werden jetzt den ein umnieten. Darf ich mal bitte sehr rauf? Jetzt danke sehr. So rum. Okay. Da ist die Tür oder was? Die wollen wir noch ganz verarschen. Okay, das ist zu nah ran. Nee, ich will sie einsammeln. Danke sehr. Wir haben leider hier dooferweise jemand umgebracht in der Nähe eines Zivilisten. Hier ist alles in Bereitschaft. Ich werde erweitert. Du rennst nicht mehr weg. Ich will dir fast fluten. Da bist du ja. Ach so. Nö, nö. Hey, was ist da los? So, der Erste kommt, ne? Mal schauen. So, den haben wir. Hallo, Ali. Einen wunderschönen guten Abend. So. Ja, machen wir, oder? Sauber. Ich bin der Einzige. Naja, weiß nicht. Kann gut sein. Spiel doch keine Rolle. Wir hatten vorhin so viele Leute im Chat. Wollen wir mal kurz. Ah, okay. Wir müssen die sehen. Wir müssen... Ja, komm jetzt. Wir machen mal so. Wir rufen sie. Spielst du vor? Nö, ich spiele hier... Also aktuell ja nicht, ne? Aktuell hier Assassin's Creed. So. Komm schon. Du Sackgesicht. Die Tür mache ich auch keine mehr auf, oder? Also das ist... Totaler Hose. So. Das Spiel heißt Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage ist für mich... Ah, hallo. Ja, du hast aber auch gemerkt, dass wir hier zusammen sind, ne? Oh. Upsa. Ah. Dass wir hier noch zwei haben, oder was? So. Wir öffnen. Wenn wir sagen... Raus die Hood, oder? Äh... Nachforschungen? Ja. Guck mal ran. Den ersten haben wir umgeniedelt. So. Den zweiten kommen wir jetzt auch gleich ran. 220 Meter. Das kriegen wir doch mal hin. Wie ich heiße, wie im Titel, oder wie mein Name sichtigt, aber der Vorname ist wie ein... Trauspieler, aber mit zwei L. Oh. Na Junge. Komm mal. So, jetzt aber. Ach, weil ich hier, äh... Gesucht werde. Wird ich hier angegriffen? Automatisch, oder wie? Ich schaff's doch nicht. So. Ich schaff's doch nicht. Ja, gut. Ich, als Teil, schaff alles. Eventuell. Auch zu failen. Aber die Frage ist... Wie kann ich es wieder hier entledigen, der Bösen hier? 70 ist... 70... 30 Meter. Danke sehr. Dann kann ich endlich mal hier wieder ein bisschen durchschnaufen, wenn ich das Papier runterreißen kann. Hier. Hallo. Ciao. Nö. Ich bin doch nicht verrückt. Oh. 15 Meter. Gehst du nochmal hoch, oder wie? Jetzt wieder runter. Aha. Hier. Darf ich bitte jetzt hier? Hier. Das brauche ich. Haben wir noch eins, dass wir eventuell niedermähen dürfen? Muss nur... Muss nur ein bisschen mehr sein, dann können wir das... Können wir das tun. Deshalb werden wir nur noch gesichtet. Wir werden nicht mehr angegriffen. Das hat schon einen riesen Vorteil, dass wir hier nicht mal sterben dürfen. Oder ja... Wir dürfen schon sterben, logischerweise. Aber ob wir das tun, dann... Weiß ich nicht. So. Schmuppdiwupp. Und der nächste hier weg damit. Und dann... Noch 170 Meter. Und dann geht's weiter. Wie man einen Dämon fängt. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht ganz. Aber das werden wir uns in den nächsten Minuten klären können. Und uns hier in den guten... In den guten Bagdad... Ein bisschen erkenntlich zeigen, ne? Dass wir das auch nicht nur so können, wie wir es dürfen. Ah... So gut. Das ist der Hafen. Das ist der Hafen. Jetzt muss ich Admiral Nadir finden. Eine Schütze nicht verfügbar. Okay. Da muss hier irgendwas... Nein... Da können wir auch nicht... Danke sehr. Ich wollte schon sagen, wir können hier nicht hoch, oder was? Wo ist denn dieser Schütze hier? Naja... Ah... Alles in Ordnung. Ah... Nö... Jetzt haben wir nochmal... Sind wir schon... Wir haben mich schon wieder gesucht. Ihr seht's eventuell... Äh... Lauten, ne? Beziehungsweise hier. Je nachdem wo ihr zuschaut... Auf welcher Plattform... Äh... Gibt's umständliche... Richtungen... Oh! Hier ist was... Na dann... Eine Nachricht... Die alle Lieferungen an einen Ort im Süden umleitet... Am Tigris... Tigris... Na sauber... Wo man das wieder ist... Ein Hafenschlüssel... Nein... Ich muss ausweichen... Nein... Nein... Ich muss ausweichen... Nein... Ey... Ihr wollt mir doch alle verarschen... So... Da komm's... Au! Finishing! Jetzt kommt noch einer am anderen hier oder was? Warum machen die... Die Kooperation eigentlich? Ist das jetzt doof hier? Der nächste kommt an oder was? Jetzt müssen wir also zu Admirals Lager... In der Zwischenzeit schauen wir... Ob wir uns wieder... Neutralisieren können... Aber es sieht bis jetzt nie sooo... Gut aus... Ja... Hier so... 38 Meter entfernt ist ein... Papier das wir wieder zusammenreißen können... Die suchen also nach mir... Die suchen immer nach uns... Das ist A und O hier... Das ist Anfang ohne Ende... Das gehört zu unserem Leben in Bagdad dazu... Man... Wird immer gesucht in Bagdad... Glaub ich mit Grundgesetz... Ja... Zum Beispiel... Was ich hier fabriziere... Unterhaltung... Ist auch Kunst... Und was das betrifft... Warum das hier... Das Kunst durchgeht... Ich hab keine Ahnung... Zum Beispiel... Da hab ich... Keine... Information dazu... Keine Ahnung... Rückmeldung... Wir haben... Stimmt... Wir haben noch zwei... Äh... Punkte... Die wir vergeben dürfen... Ne... Ich weiss gar nicht mehr... Für was... Weil... In diesem Assassin's Street... Macht es irgendwie gar keinen Sinn mehr... Also... Die Fertigkeitspunkte sind hier so doof... Durchge... Dinges... Es gibt irgendwie... Ja... Nur halt... Dass man vielleicht hier wieder mehr hören und sehen kann... Ne... Aber bis jetzt... Ging eigentlich alles super duper... Hilfsmittel... Ich... Ja... Komm... Mal ansonsten... Das hier... Oder... Ja... Komm... Wir warten uns nochmal... Das spielt ja keine Rolle... Ehrlich gesagt... Was wir machen... Und was haben wir hier hinten eigentlich... Was ist denn das für ein... Der... Kodex... Kein Kodex... Und ein Kodex... Geh... Weg... Ja... Mach ich... Du bist nicht willkommen... Hey... Warum sind wir nicht willkommen? Gimbab... Asche... Shikir... Oder so... Das muss doch immer... Das... Das ist doch fies... Okay... 350 Meter... Da müssen wir jetzt einfach mal durchziehen... Und... Durch Reichsfelder latschen... Warum? Müssen wir das tun? Nein... Muss doch nur... Dürfen... So... 240 Meter... Das war noch 42... 22... Bla... lieber wupps wappen zum glück kam heute echten sturm der ganze temperatur ein bisschen abgekühlt hat ich weiß noch ist bei euch draußen auch heute am 33 7 geregnet hat ob ich komme ist da hier gibt es nix ne rote hose hier kommen wir nicht durch ich bin immer unerwünscht generell überdenken wir unsere herangehensweise ja da heißen schützen umbringen darum haben war das bauchgefühl nein ich wollte eigentlich eliminieren naja das ja 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 Vielen Dank.